Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Don't Try This At Home Production. Heute wollen wir euch zeigen, wie man eine kleine Mehlstaub-Explosion mit einer handelsüblichen Mikrowelle produziert. Viel Spaß! So, dann wollen wir mal testen, wie das hier so aussieht. Einfach mal ein bisschen Druckluft reinlassen. Wie das hier qualmt... Alter! Die Spielverderber-Sicherung schon wieder, so ein Mist! Immerhin hat es funktioniert, würde ich mal sagen. Das ist ein Mist! Der ist ein Mist! Der ist ein Mist! Der ist ein Mist! Feuer, Licht! Das Blech ist schon abgesprengt unten. Start! Was glüht denn da eigentlich? Da vorne gibt es nur hier. Ja, ich glaube es ist aus. So, dann machst du jetzt wohl was. So. 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 So.